Dann sag ich, hallo und herzlich willkommen zu einem wirklich wichtigen Video für das Ganze. Nicht nur für uns und unseren Weg an den Kapitalmarkt, sondern das Video ist eigentlich auch wichtig für die komplette deutsche Gesellschaft. Denn wir klären jetzt endlich den Risikobegriff und wieso der Deutsche auch so ein großes Problem damit hat. Also, was machen wir? Zuerst mal lernen wir, was ist überhaupt Risiko? Ist ja mal eine ganz spannende Frage. Danach unterscheiden wir zwei Arten von Risiko, nämlich das systematische und das unsystematische Risiko. Und danach klären wir dann, wieso Risiko und Rendite, du erinnerst dich, Rendite ist ja, wofür wir das Ganze hier machen, ein ganz eingespieltes Team sind. In dem Sinne würde ich sagen, schmeißen wir uns direkt mal rein in das Ganze. Deutschland. Herzlich willkommen im Land von den Leuten, die eigentlich überhaupt keinen Spaß am Risiko haben. Denn das Problem, was wir hierzulande haben, ist, dass Risiko grundsätzlich immer als etwas Schlechtes wahrgenommen wird. Also wir hierzulande tun eigentlich so das Beste, was wir können, um ja keine Risiken einzugehen. Historisch bedingt. Also der Deutsche möchte sein Geld mit so wenig Risiko wie eben möglich, sprich so sicher wie eben möglich irgendwo anliegen. Also halt irgendwie die Möglichkeit, dass irgendwas mit dem teuren Ersparen passieren kann, das liegt uns hierzulande überhaupt nicht. Und wieso müssen wir beide jetzt darüber sprechen, ist, dass das halt quasi von Generation zu Generation so weitergegeben wird. Also meine Oma sagt, meiner Mutter Risiko ist was Schlechtes, meine Mutter sagt mir, Junge, Risiko ist was Schlechtes. Und ich stehe dann hier und denke mir so, oh Gott, Risiko ist bestimmt irgendwas Schlechtes. Hat nur leider für meine Generation dramatische Konsequenzen, denn die Möglichkeiten, die meine Mutter noch gehabt hat, nämlich das Geld irgendwo sicher anzulegen, Sparbuch und so ein Gedöns, das ist für mich alles überhaupt nicht mehr attraktiv, weil ich da einfach keine Renditen mehr bekomme. Also wenn ich Vermögen aufbauen möchte, komme ich um Risiko nicht drum rum. Deshalb lohnt es sich hier jetzt nochmal enorm, sich mit diesem Risikobegriff zu beschäftigen. Sieht dann folgendermaßen aus. Wenn man jetzt mal wirklich ganz nüchtern auf die Definition von Risiko blicken möchte, was findet man da? Da steht dann, Risiko ist die Abweichung von einem erwarteten Ergebnis. Und das Tolle hier ist ja jetzt, dass da nicht mit einem Wort erwähnt wird, in welche Richtung. Also das, was Sie mir erzählen, Risiko ist per se immer schlecht, steht in der Definition vom Risiko überhaupt nicht drin. Also da steht jetzt nicht, Risiko ist, du verlierst all dein Geld, Jay, sondern da steht, Risiko ist eine Abweichung von einem erwarteten Ergebnis. So weit, so neutral. Und das ganz entscheidende bei der ganzen Geschichte ist, dass halt Risiko tatsächlich in beide Richtungen funktioniert. Also es gibt die negative, vor der so alle Panik haben, aber es gibt dann auch die positive Abweichung. Das ist beides Teil des Risikobegriffes. Also wenn man sich halt irgendwie überlegt, so du legst dein Geld irgendwo an und die Möglichkeit besteht, dass du von diesem Geld was verlierst, ist das natürlich ein unangenehmer Gedanke. Aber Risiko schlägt genauso auf die andere Seite aus. Sprich, du kannst halt beim Risiko auch tatsächlich in positiven Bereichen abweichen. Und dieser positive Bereich, die positive Abweichung vom Risiko, ist nichts anderes als die Rendite. Und das ist ja das, wieso wir überhaupt an den Kapitalmarkt gehen. Das heißt, dem Risiko als solches muss man erstmal komplett wertneutral gegenüberstehen. Und das ist ganz wichtig verstanden zu haben. Also Risiko ist nichts weiter als die Abweichung von einem erwarteten Ergebnis. Negativ, aber positiv Vermögensaufbau. Dann geht es jetzt weiter, indem wir uns jetzt mal diese zwei Arten von Risiko anschauen. Also es ist dann nochmal einmal unterteilt Risiko, nämlich zum einen in das systematische Risiko, das sogenannte Marktrisiko oder Portfoliorisiko. Das sind all die Faktoren, die jeglichen Wertpapiere gleichermaßen betreffen. Also da können wir zum Beispiel eine Naturkatastrophe, Entscheidungen von einer europäischen Zentralbank, Kriege. Also halt quasi irgendwas, wo keiner wirklich Einfluss drauf nehmen kann. Und das ist quasi ein Risiko, was immer den kompletten Markt betrifft. Also grundsätzlich besteht immer mal ein gewisses Risiko für irgendwelche größeren Krisen und da macht sich halt der komplette Markt nicht von frei. Das ist die eine Seite des Risikos, kann man halt keinen Einfluss drauf nehmen. Wenn eine Naturkatastrophe kommt, dann kann man das in der Regel nicht vorhersehen. Die zweite Art von Risiko, da wird es jetzt ein bisschen spannender, das sogenannte unsystematische Risiko, also das unternehmensspezifische Risiko, betrifft einzelne Unternehmen. Da wären jetzt zum Beispiel Managementfehler, das Branchenrisiko oder halt ein Kursrisiko, als gute Beispiele zu nennen. Also sagen wir mal, was wäre jetzt ein unsystematisches Risiko, was vielleicht noch gar nicht in so weiter Ferne liegt? Dieselgeschichten. Also das ist halt was, wäre jetzt ein ganz gutes Branchenrisiko, also das betrifft jetzt halt die ganze Autoindustrie und dass man sich jetzt halt quasi hier als Gesellschaft im Konsens darauf einigt, also wir wollen weniger Dieselfahrzeuge haben, wäre halt ein relativ, ja, unspezifisches Risiko, weil es halt einfach eine komplette Branche betrifft. Und dann halt quasi, um es jetzt nochmal aufs Unternehmen genau runterzubrechen, wäre das zum Beispiel sowas wie, ich baue ein Defeat-Device in mein Dieselauto ein, Abgasnormen noch ein bisschen rumzutricksen. Also das sind mal die zwei Arten von Risiko. Das eine, auf das man halt nicht wirklich Einfluss nehmen kann und das andere, dass man natürlich halt auch, zum Beispiel wenn man jetzt sagt, also durch Branche, Auto wäre mir ein bisschen zu heiß, könnte man dann einfach sagen, ich streue mein Risiko über weitere Branchen. Und das sind eigentlich schon die zwei Arten von Risiko. Die beiden können wir dann zusammensetzen zu etwas, was sich Gesamtrisiko nennt. Also das ist halt einfach nur die Kombination aus dem systematischen und dem unsystematischen Risiko. Und am Ende ist es halt quasi einfach das Gesamtrisiko, was halt quasi in so einem Wertpapier vorliegen kann. Und das ist eigentlich auch schon, wie Risiko als Ganzes aussieht. Also bis hierhin auch immer noch wertneutral zu betrachten. Und der Trick mit dem Risiko, also das ist ja nochmal ganz, ganz richtig bei dieser ganzen Geschichte. Also bis hierhin denken wir jetzt erstmal noch so, oh Gott, das klingt aber alles sehr, sehr riskant, ist halt, dass es halt nicht zwingend nur riskant ist, sondern, und das hatten wir ja am Anfang schon, auch gleichzeitig chancenreich. Also man kann das zum einen bewusst reduzieren, indem man halt quasi anfängt zu diversifizieren über zum Beispiel verschiedene Anlageklassen. Aber, und das ist halt, was unglaublich wichtig ist, hier verstanden zu haben, ist, dass man dieses Risiko ja nicht umsonst eingeht. Also es ist ja nicht so, dass man einfach sagt, also ich habe Bock auf besonders viel Risiko, sondern man geht ein Risiko ein, weil man sich irgendwas davon verspricht. Und das ist der Trick, dass man halt quasi bei dieser Risikoübernahme grundsätzlich ja entlohnt wird. Und zwar in Form von höheren Renditen. Wenn es halt riskant ist, bekommst du natürlich halt nach hinten raus, auch einfach mehr dafür, dieses Risiko eingegangen zu sein. Und das ist eigentlich schon der ganze Trick mit dem Risiko. Also wenn wir die Renditen haben wollen, die wir zwingend brauchen, um überhaupt Vermögen aufbauen zu können, müssen wir definitiv Risiken eingehen. Das ist aber halt auch überhaupt nicht so schlimm, denn für diese Risiken werden wir auch dementsprechend entlohnt. Wächst das Kapital schneller. Und das ist ja erstmal eine ganz wünschenswerte Sache. Das also mal ein bisschen zum Risiko. Bringt uns jetzt, ihr erinnert euch, Schlüssel zum Erfolgfolien. Rendite und Risiko sind bei der Geldanlage unwiderruflich miteinander verknüpft. Hand in Hand. Wie das Ying und Yang Zeichen, was wir uns gerade angeguckt haben. Also ohne ein gewisses Risiko, keine Rendite. Und das ist ja genau das Problem mit diesen sicheren Geldanlagen. Die werfen halt keine Rendite mehr ab. Und dann haben wir ja wieder die Inflation im Nacken. Das wurde vor drei oder vier Videos hier angesprochen. Und da müssen wir halt tunlich irgendwas gegen tun. Das heißt, ohne Risiko, keine Rendite. Rendite brauchen wir, schließt sich der Kreis. Drum sage ich, Gratulation. Und das ist eine große Gratulation, weil du weißt jetzt wahrscheinlich mehr als 90% der Deutschen über diesen Risikobegriff. Und den einmal verstanden zu haben, führt halt einfach automatisch dazu, dass du ab hier sehr, sehr viel besser mit Risiko umgehen kannst. Und das ist halt wirklich schon der halbe Weg Richtung Vermögensaufbau. Also sich da freizumachen von diesen Ideen, Risiko ist per se irgendwas Schlechtes, das ist halt so ein armen Märchen, was einem die Alten erzählen. In dem Sinne, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Das war's.